was geht auch freunde meine hauptsache und willkommen auf meinem kanal freunde ja freunde und heute ist donnerstag was heißt es natürlich wieder pack opening ja die rods sind wieder am start und zwar von dir und von mir ja der der linio hat top 100 geschafft und wir gehen mal die geld hier rein 38 2 hat der herr wieder geschafft auf jeden fall sehr sehr nice 60er platz der typ ist einfach krank also ich würde mich persönlich auch natürlich freuen folgt den maul auf twitter und instagram freunde der gibt sich richtig mühe hier er gibt immer wieder seine packs 125.000 mützen 300 cars jetzt und ein ultime cdw setz wie gehen sofort rein wie quatsch nicht auch zu viel danach geben natürlich auch meinem account wir haben auch da schöne packs elite 3 haben wir auch geschafft so auf jeden fall die linio hat hier seine sets hier beziehungsweise ein shop hier schön sauber gemacht ja wie quatsch nicht viel wie zehnmal ich hoffe wir ziehen was schönes wie ihm aber das wird sich kein tot oder so aber spanien torwart das wird der asenio 84 rating war nichts besonderes schauen wir mal was wir noch hier gezogen haben und nicht so lecker und wir machen mal weiter 200k set ja und in den kommentaren könnt ihr natürlich mal schreiben was habt ihr so gezogen was habt ihr die woche geschafft und doch ein schlitz portugal zm kann aber nicht sein natürlich das ist der silva 83 rating also die 100k set sind nicht so berauschen nicht so schön gerade schauen wir mal was für spieler er noch bekommen hat und 83 82 rating rest ja nicht so besonders kannst du für spc benutzung mein freundinio so morgen ist freitag morgen ab 22.30 werden wir bestimmt streamen ja also wer bock hat einfach mal vorbeikommen vorbeischauen wir werden die ganze zeit für champions spielen drei bis vier stunden lang ich denke bis 32 so werde ich halt für champions zocken wenn du lust hast kommt vorbei will ich mich auf jeden fall freuen let's go weiter geht's 100k set wieder am start gönn doch mal ein bisschen ja fifa ist zu ende gönn doch mal ein bisschen frankreich das wird er genau also die 100k set waren sehr 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 schlecht 40 spiele gemacht 38 siege und die 100k set sind unglaublich schlecht so freunde also sechs tots werden wir jetzt sehen also ich hoffe wir ziehen was schönes hier am besten wäre natürlich christiano ronaldo oder so messi die quatschen so viel und wir starten let's go ich will hier mal jubeln ich will mal hier schreien kommen also kommen es wird hier england rf das wird der sterling glaube ich nicht schlecht nicht schlecht 93 rating sterling kann man auf jeden fall mitnehmen wir werden mal gleich auch gucken was sterling kostet aber wir haben noch fünf tots spieler hier am start kommen und wir haben hier fernando ducure robertson paul und okay ich dachte firminio oder so der fernandinho so fernando kostet hier 60k sag ich mal jetzt ich habe nicht mal richtig geguckt hier aber sterling schmeckt sterling schmeckt jawoll sterling schmeckt du kure kostet hier ok ok 100k vielleicht 80 100k robertson links verteidiger hat doch schon nicht schlechte rating hier ok ok also ich bin zufrieden ich hoffe der linio auch ich denke mal 500 bis 600k haben wir hier geschafft sogar mehr 700 vielleicht sogar ansonsten können wir unten in den kommentaren schreiben also ist sehr sehr schön ja wir gehen jetzt rüber so sekos account ja die drei pecks sind wieder mal nach langer zeit geschaffene let's go so freile wissen endlich drin hier und ja wir haben diese drei geschafft 29 siege exakt 29 sieger jahre letzt spiel habe ich gewonnen und somit haben wir elite 3 hier geschafft 70.000 münzen 100k set und ich glaube zwei tots haben wir hier am start ja ich hoffe wir ziehen was schönes ich muss mein verteidiger verbessern ich habe schon geguckt also bonucci totti wird kommen und benatia man of the match karte also wir ziehen let's go freunde 100k set ihr soll mal bitte gern hier kommen und schlitz wieder am start natürlich und wie im zimmer hier das wird er matic oder genau martin 84 rating ja bin nicht zufrieden aber was soll's müssen wir eigentlich alle also müssen wir alle einfach mal mit dem nassensio jahre stein paar fernabasche spieler hier am start und ja alles in den verein so zwei trotz sind am start ich hoffe ihr gönnt bisschen ja nach langer zeit haben wir wieder elite geschafft die sommer ein bisschen können damit über die sie münchen haben also los geht's so bitte haben schick 93 das ist lecker man lecker haben schick ich hoffe du kostet doch was bitte 93 rating nice ich hoffe der ist das wert und hoppe haben wir an jamstatt kommen haben schick haben schick komm digga 200k easy drinne 200k easy drinne jawohl schmeckt auf jeden fall 200k plus noch poppe haben wir jamstatt poppe ich bin zufrieden ich denke so 300k 300 400 400k haben wir vielleicht mal geschafft 350 bis 400k okay man muss ein bisschen der rally sich sein nice ich freue mich so riesig ich kann schön mein team verbessern also morgen so gegen 22.30 werde ich live streamen ja die also wie candy ganz normal streamen wir werden ein paar spcs und so weiter machen bis 2 u 30 ja seid dabei mein freund so das war's mit dem video ich hoffe euch das video gefallen wenn ja die daumen nach oben geben natürlich und ja morgen 22.30 ja wecker einstellen jungs live stream ja wir werden vier stunden stream bis 2 u 30 weekend extreme spc natürlich wieder am start und ja schreibt mal unten in die kommentare was habt ihr gezogen und ich bin raus ich will euch nicht nerven spaß und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal